So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Eigentlich müsste ja heute eine Max Out Monday Folge kommen, weil wieder Montag ist, aber ich werde diese auf nächste Woche Montag verschieben. Also eure Kommentare unter dem letzten Max Out Monday sind nicht egal. Die bleiben bestehen. Ihr könnt immer noch Vorschläge machen, sogar jetzt für nächste Woche, aber halt nur unter dem letzten Video. Und ich dachte, wir werden die Zeit nutzen, weil viele immer zu fragen, wie waren deine Ausbeute, wie waren deine Ausbeute. Wir werden jetzt das Ausbeute- und Fazit-Video machen, auch wenn ihr die Vlogs noch nicht gesehen habt, so sind erst mal die Leute, die nur kurz gucken wollen, was es so ungefähr gab. Die sind dann schon mal weg und abgespeist. Und die Leute, die wirklich mal sehen wollen, wie es vor Ort aussah, wie es im Park aussah, wie der Andrang war, wem man alles getroffen hat, die werden ja trotzdem die Vlogs, die dann kommen, auch noch machen. Mein Plan ist, am Donnerstag und Freitag jeweils eine Premiere abends zu schalten. Eine Premiere vom Freitag, eine Premiere vom Samstag, eben dann am Donnerstag und am Freitag. Und hoffe, das klappt alles so. Dieses Dark-Reihe ist das erste Dark-Reihe, was ich in Berlin gemacht habe. Das haben wir am Freitag gemacht, als wir quer durch Berlin gereist sind. Am, ja wir waren erst beim Alexanderplatz irgendwo, wir waren dann hier beim Brandenburger Tor irgendwo alles hin und her, sonst wie, ich hätte da gerne einen gemacht, den haben wir glaube ich auch gemacht, das müsste sogar der sein, der am Brandenburger Tor gemacht wurde. Täglicher Raidpass weg, sonst hat man keine Zeit für gar nichts gehabt. Deswegen ist da auch der erste Siebte dran. Dann ging es theoretisch los. Ja gut, es saß noch ein Hunderter Tintoxa daneben, habe ich vergessen. Wo steht denn hier dann? Zweiter, genau Zweiter. Und dann ging es los beim Go-Fest. Das seht ihr schon, die Icognito, die dann aufgetaucht sind und dass hier ganz viele Relaxos sitzen. Bei Icognito war es so, also wer nicht dabei war, wer dabei war, wird es ja wissen, immer zur vollen Stunde sind Icognito gespawnt, komplett überall. Es hat also Punkt 9 Uhr, wir hatten Early Access, als es angefangen hat, Punkt 9 Uhr, boom, saßen einfach überall Icognito. Du konntest keinen Meter laufen ohne Icognito. Die haben aber nur ein, zwei Minuten gesessen, dann wurden diese Spawns ersetzt und du hast einfach diese normalen Spawns gehabt. Aber 10 Uhr wieder, boom, überall Icognito. Die wurden immer direkt alles so hingehauen. Ihr seht auch, ich bin ein bisschen rot, ich habe ein bisschen Sonnenbrand, alles, das ganze Gesicht ist klatschrot, hier ist eigentlich weiße Haut noch drin, hier ist alles, es tut auch alles weh, es war auch alles krass, alles brutal. Es gab die Buchstaben Ultra-Biest, Ultra gab es ja schon mal in der Ultra-Woche, Biest, es gab beim letzten Mal erst UB, beim weltweiten Go-Fest und, naja, für mich war nicht viel Neues, was ich hätte kriegen können, außer das E und das S. Was interessant war, war Rotom, was es aus Fotobombs gab, also wenn ihr nochmal Fotobombs gemacht habt, ist dann immer ein Rotom auch mit rausgekommen, nicht unendlich viele, aber ein paar. Es ist das zweite Mal überhaupt im Spiel, dass Rotom erschienen ist und dass man Rotom fangen konnte. Habt ihr schon das alte Rotom, was es damals gab? Ja, nein, vielleicht, kreuzt es mal an. Ansonsten seht ihr hier natürlich viele Relaxo mit Hut. Die waren heiß begehrt, konnten ja nun auch Shiny sein. Deswegen sind viele Leute da drauf abgegangen. Ich scroll jetzt mal einfach hier mal so ein bisschen durch. Hier haben wir einen Shiny Onyx dabei. Ist jetzt nicht so wertvoll, hat ja sowieso immer eine erhöhte Rate. Ich möchte jetzt einfach ein bisschen die Pokémon zeigen und dann habe ich mir nochmal Punkte aufgeschrieben, zu denen ich noch was sagen möchte, was mich richtig abgefuckt hat beim Go-Fest und was, was ich schade fand und was, was halt einfach so ist. Wir werden dann noch ein paar Schlussworte finden. Worüber ich mich sehr gefreut habe, ist dieser hier zum Beispiel. Das war ja einer der neuen Shinies, die eingeführt wurden. Der Pokepilz, habe ich ihn hier genannt. Der statt Rot dann eben hier lila ist. Das sieht auf jeden Fall süß aus. Ja, den haben wir gekriegt. Einer der neuen. Dann seht ihr weiter hier immer, je nachdem, wo man lang gelaufen ist, haben ja die Habitate gewechselt. Da gab es wieder andere Pokémon. Hier ist ein Mirabla-Shiny noch mit drin gewesen. Das ist auch nicht das heftigste Pokémon. Voldoball in der Hisui-Form gab es natürlich auch. Vermehrt natürlich beim elektrischen Garten, beim Elektrogarten. Mein Lieblingshabitat war, habe ich die ganze Zeit ja schon gesagt, das mit den Felsen und dem Vulkan und den Eiern und sonst was und gefühlt ist da auch am meisten immer Relaxo-Gespawn. Was ich gleich hier, ihr seht hier ist auch Sodamug dabei. Ihr wisst, das sind regionale Pokémon. Grillmug gibt es eigentlich ja nur bei uns in Europa. Grillmug wurde jetzt zum Go-Fest als Shiny eingeführt. Wir konnten trotzdem aber Sodamug und Regimug auch fangen, konnten aber nicht Shiny sein. Kamen jetzt schon wieder Fragen aus der Community, was, wie, wo. Nach dem Go-Fest jetzt wird weltweit auch Grillmug freigeschalten, gerade jetzt zum Event mit den sechs Jahren Jubiläum, gehört das auch zum Teil, weil das Event jetzt nochmal verbessert wurde, weil wir Aufgaben abgeschlossen haben, wird weltweit dann also freigeschalten. Es folgen ja aber noch zwei weitere Go-Feste. Für den nächsten Go-Fest wird dann zum Beispiel Veggie-Mark auch freigeschalten und beim dritten dann Sodamug. Oder halt beim zweiten Sodamug und beim dritten Veggie-Mark. Die Reihenfolge weiß ich gerade nicht. Aber da war schon klar, dass das letzte Go-Fest dann natürlich das Beste ist, weil wir nur das Rote in Shiny fangen konnten, die anderen nicht. Die Zweiten, die das Grüne als Release bekommen, können aber schon das Rote von uns in Shiny kriegen und dann das Grüne zu deren Release. Und die Letzten, die dann das Blaue also als Release haben, können ja das Rote und das Grüne, weil die da vorher freigeschalten wurden, auch kriegen. Das letzte Go-Fest ist also dann wohl das Ergiebigste. Ansonsten seht ihr hier immer coole Spawns. Mit Geronimatz war damals auch ein Shiny, was viele einfach haben wollten, ganz viel geradet haben bei einer Rate von 1 zu 450. Hier ist nochmal ein Krebskorbstag dabei gewesen. Ist auch bei der Safari-Zone Seville eingeführt worden. ein Cognodon da, wieder Relaxos. Hier habe ich ein Dings dran gemacht. Muss ich kurz mal gucken. Uh, das ist das 100%ige. Das war mein persönliches Highlight, weil es war wirklich ein Massenauflauf im Britzergarten. Alle sind plötzlich in irgendeine Richtung gerannt. Keiner wusste, was ist jetzt los. Das habe ich auch gefilmt, das habe ich auch auf Kamera festgehalten, wie man da rum ist, wie man dann gesucht hat. Und für alle war das ein Highlight, hier in den Ort gefahren hast. Highlight, Relaxo, 100er Relaxo mit Hut. Ja. Also wenn du wirklich dort vor Ort warst und ohne Maps und ohne irgendwas und einer irgendwas fängt und das dann einem anderen sagt und das sich verbreitet wie ein Lauffeuer und die Leute dann alle dahin gerannt kommen und alle an einem Ort, war das was ganz Besonderes. Und weil es so was Besonderes ist, möchte ich das jetzt auch zum Beispiel maxen, weil eigentlich ist ja Montag, Max out Monday. Ich ziehe dieses Relaxo jetzt einfach hier hoch. 3.647 WP erreicht das. Wir nennen es jetzt einfach Berliner Bär. So, das ist mein 100% Hut-Relaxo. Mein persönliches Highlight. Ich weiß nicht, wer das bekommen hat. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das auch bekommen habt. Ansonsten geht es hier weiter. Das seht ihr schon. Da waren dann die lebendigen Wiesen, wo auch dann Feen aufgetaucht sind. Dann geht es hier noch ein bisschen weiter. Wir ziehen uns hier mal durch. Da ist Chabelle, was es ja auch in Berlin gab, aus einer Forschung. Die zweite Ultra-Beste, die je eingeführt wurde. Da zeige ich euch jetzt nicht die IV. Die werdet ihr dann im Vlog sehen. Hier haben wir dann das erste Shiny Grillmarkt, worüber ich mich gefreut habe. Also die Ketchup-Tüte, die zu lange in der Sonne stand. Dann haben wir, wir haben noch ein Geronimatz Shiny. Was habe ich damals geradet auf den kleinen Accounts dafür? Aber war ja alles kostenlos. Also kein Problem. Wir haben wieder ein Onyx bekommen. Wir haben wieder hier ein Schilderus bekommen. Wir haben weiter geguckt und gemacht. Immer schön Capuno mitgenommen. Baldorfisch, Geronimatz. Nochmal zweimal. Auch den Baldorfisch hier dabei. Man konnte ein paar Toggedick-Bonbons sich holen. Hier ist Kleinstein mit dabei. Noch ein Onyx. Hier wieder ein Grill-Mack. Das zweite also. Das heißt, die Familie ist auch voll. Lunastein Shiny bekommen. Perlu Shiny. Das war für mich das Schlimmste überhaupt. Ich wollte es eigentlich erst gar nicht fangen. Hat man dann trotzdem mitgenommen. Und da ging es schon langsam dem Ende zu. Hier ein Shiny Weberack noch. Hier ein Shiny Relaxo. Relaxo. Muss ich aber gleich dazu sagen. Das hat Pupsi mir getauscht. Die hat nämlich einfach kurz nach Event Beginn schon einen Shiny Relaxo bekommen. Und dann mittendrin noch eins. Sie hat also zwei gehabt. Hat mir also eins getauscht. Dankeschön dafür Pupsi. Sonst hätte ich gar keins. Hier ist noch ein Shiny Tarnpignon drin. Was mir auch Pupsi getauscht hat. Sonst hätte ich kein Zweites. Also sie hat da zwei bekommen. Ich habe jetzt auch zwei. Das heißt, ich kann dann auch eins entwickeln. Da ist mein Shaman in seiner komischen Form. Ich weiß gar nicht, wie die Form heißt. Das werde ich jetzt auch nicht bewerten. Das werdet ihr jetzt auch nicht sehen. Das ist der Griselda Raid. Der zum Abschluss einer von fünf Raids, der eigentlich stattfinden sollte. Bei mir gefühlt. Was es da für Probleme gibt, sage ich eigentlich gleich nach. Und dann bin ich schon wieder in die Heimat zurückgefahren. Und am Sondergang, als ich in Hibu angekommen bin, habe ich meinen allerersten Arctos Raid gemacht. Seitdem Arctos zurück ist. Und bam, direkt auch noch einen Shiny bekommen. So. Was möchte ich jetzt kurz machen? Ich möchte jetzt nochmal auf Schillern gehen. Und möchte ganz kurz hier... Bogepilz 801. Das dürfte der Höheres sein. Ich möchte das hier noch fürs Video entwickeln. Dass ihr das auch seht. Wenn wir das Tarnpignon. Zu Hutsasa entwickeln. Dass wir die Shiny-Familie auch voll haben. Und durchentwickelt haben. Wie das aussieht. Das sieht doch ganz gut aus. Das erkennt man auf jeden Fall viel eher. Weil du musst es nicht extra rumdrehen. Es hat ja schon einen schrägen Hut. Dass du von vorne direkt siehst, dass das lila ist. Und es hat noch so eine zwei Schilde drauf. Wo du auch siehst, dass die lila sind. Und wir müssen noch Grillmark entwickeln. Wir haben hier 331 und wir haben hier 695. Das heißt, wir entwickeln das auch mit einem Einhaltsstein zu Grillcheater. Müsste das sein. Grillcheater, Grillcheater. Hannes, wen findest du am besten? Den roten, den blauen oder den grünen? Soda, Veggie oder Grill? Ich bin eher Feuer-Typ. Ich bin Grillmark-Typ. Hannes, Hannes ist der Grillmeister. Der findet Feuer nice. Der findet, ich hätte nicht mal gewusst, dass das ein Feuer-Pokémon ist. Ich dachte, er ist halt einfach nur rot, aber er ist ja ein Feuer-Pokémon. Der Unterschied hier ist, glaube ich, jetzt nicht so heftig. Aber egal. Es ist trotzdem ein Shiny. Also egal. Nimmt man mit. Dann, das habt ihr ja gesehen. Und was noch ganz besonders ist, ganz besonderen Dank geht raus an Serkan Chao. Serkan Chao hat mir nämlich dieses Icognito. E getauscht und direkt danach noch dieses Icognito S. Das ist kein N. Die Leute haben schon in den Gruppen geschrieben, ich habe das N bekommen. Das ist ein S. Ultra-Biest. Da ist kein N drin. Und das bringt mich dahin, wenn wir jetzt mal Icognito eingeben und schauen, was wir an Schillernden haben. Wir haben das A. Wir haben das B. Wir haben das C. Wir haben das E. Wir haben das F. Wir haben das G. Sieht gar nicht aus wie ein G. Wir haben das I. Wir haben das L. Das O. Das R. Das S. Das T. Das U. Das V. Und das war's. Und das heißt, ich habe alle Shiny-Icognito-Buchstaben, die es bis jetzt gibt. Außer das J. Das J. Das J. Müsste zur Joto-Tour released worden sein und gab es da. Ich habe bisher noch niemanden gesehen, der ein J. Hat. Ich habe viele gesehen. Die haben jetzt gerade ein E. gepostet. Oder manche waren auch so krass. Die haben einfach am Go-Face fünfmal das S bekommen. Fünfmal S bekommen direkt am Go-Face hintereinander. Das war auf jeden Fall auch brutal. Aber ich bin ein bisschen angewiesen gewesen auf andere. Dankeschön, Serkan. Ciao. Dankeschön auch an die Lisa. Die hätte mir auch was abgegeben und wollte dann was dafür. Und dann habe ich geguckt, wir werden uns anders noch einig. Ich habe jetzt dann schon beide voll. Also das finde ich ja eben das Tolle mit der Community, dass man sich danach auch einig wird. Dass man tauschen kann. Dass man jemandem eine Freude machen kann. Ein paar Dinge möchte ich noch ganz kurz ansprechen. Und zwar, ein Ziel, was ich hatte, war, weil Genaya ja nun nicht zum Go-Face gehen konnte, wollte ich eigentlich bei dem Meet & Greet mit Pikachu und Evoli hin. und mich extra für sie beim Evoli anstellen und fürs Video einen kleinen Shoutout machen mit dem Evoli und sagen, Grüße an Genaya, weil du nicht dabei warst. Hier extra für dich das Evoli und extra Grüße für dich im Video. Ging leider nicht. Ging sie nicht aus, da ich keinen Evoli gesehen habe und ich habe auch keinen Pikachu gesehen. Der Park war für mich so unübersichtlich, so komisch. Keine Ahnung, ich habe mich überhaupt gar nicht zurechtgefunden. Wir hatten ewig Probleme, überhaupt ein Habitat zu finden. Also das Gesteinshabitat und das Windige Küstehabitat, die waren ja so schön, die hast du direkt erkannt. Das mit dem Elektrogarten, wusste ich immer nie, ist das das Habitat oder ist das nicht das Habitat? Ist das einfach nur ein Zaun, der hier einfach immer so ist? Oder ist das jetzt extra fürs Go-Face gemacht? Ich erkenne das nicht, ich weiß nicht, was das ist und ich weiß jetzt, dass ich die lebendige Wiese gar nicht gesehen habe. Man war dann irgendwann mal in der Nähe nach 5 Stunden und etlichen Durchfragen, dass dann die Spawns da waren. Aber man war nicht direkt am Habitat und jetzt heißt es, bei der lebendigen Wiese, da waren die ganzen YouTuber und da waren die ganzen besonderen Stände und da waren Autogramm, Dings und Bums und wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Dann kommen wir nämlich zum zweiten Punkt. Nicht nur, dass ich Schenaya nicht die Grüße mit dem Eboli aufgenommen habe und machen konnte, wie ich das eigentlich wollte. Ich sollte für den Niklas, der NS der NATO-Sekt, der hatte mich gefragt im Vorfeld, ob ich ihn vielleicht ein Autogramm vom Schilling besorgen könnte und ihm das schicken könnte. Das wäre auf jeden Fall sehr nett. Und ich habe ja gesagt, schon vorab, ich werde mich bei keinem anstellen, ich werde da nicht rumhängen, ich will die Zeit im Park verbringen, ich will spielen, ich will unterwegs sein, ich will gucken, dass ich selber Leute treffe und so weiter und nicht die ganze Zeit da anstehe und die Zeit verplember. Aber für einen Zuschauer, der jetzt nicht die Möglichkeit hatte und sonst was, für Niklas, unseren kleinen NATO-Sekt, hätte ich mich trotzdem angestellt und hätte einfach ein Shoutout an ihn gesprochen und ihm so das besorgt. Aber ich habe ja niemanden gesehen. Das ist nämlich der größte Punkt. Ich habe nicht nur Eboli und Pikachu verpasst, ich habe auch keinen Schilling gesehen, ich habe auch keine Sabrina gesehen, ich habe keine Chaos-Lady gesehen, ich habe keinen Trainertipps gesehen, ich habe keine Sorry-Two-Dots gesehen, ich habe einfach niemanden gesehen. Nein! Wo waren die denn alle? Das ist schon peinlich, oder? Weil alle anderen kommen mit dem T-Shirt an und haben 50 Autogramme von allen möglichen, aber ich habe niemanden gesehen. Ich fand Dortmund den Park sehr übersichtlich, sehr schön, tolle Habitale, wunderbar angeordnet, alles so zusammen. Der Britzergarten war einfach so groß und die Eingänge, von den Eingängen bis in die Mitte zum Spielfeld, bist du nochmal so ewig gelaufen, auf gehen in der Leere, wo gefühlt nichts war und dann war in der Mitte irgendwie auch noch so ein Riesensee oder so, sodass du immer wieder runden außen laufen musstest und ich nie wusste, was, wie, wo. Es war auch so heiß, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, ich habe total Boom und gefühlt an jeder Ecke, wo du dann standest, wurdest du dann auch angesprochen und es kamen Zuschauer. Und Pupsi sagt die ganze Zeit, sie fanden das so toll, dass ich mir immer so viel Zeit genommen habe für die Leute, für die Zuschauer, für andere Leute aus der Community und bla. Und das war ja auch mein Ziel, ich wollte ja nicht hin, wie ein Fanboy, mich bei jedem anstellen, Autogramm holen und wieder heim. Ich wollte ja theoretisch Leute treffen und die Community sehen und euch die Community vorstellen. Das war mir jetzt wichtiger, als dass ich selber jetzt die anderen Content Creator da mir ranhole. Wenn man die gesehen hätte, zufällig, hätte das ja gepasst. Aber so war das euer Go-Fest, deswegen kann ich jetzt schon mal dazu sagen, wer erwartet also, dass ich im Vlog vom Go-Fest, der da noch kommen würde, den muss ich noch schneiden, wer da erwartet, dass ich da mit Sabrina rumstehe oder mit Chaos Lady oder mit Spiele trennen, der wird enttäuscht sein, das werdet ihr dann nicht sehen. Ihr konntet euch da anstellen, ihr konntet eure Autogramme holen. Wenn ihr Sachen von denen sehen wollt, dann schaut auf deren Kanälen vorbei, die haben da bestimmt auch tolle Videos gemacht. Bei mir werdet ihr von den Leuten nichts sehen, bei mir werdet ihr aber mich sehen. Und ihr werdet euch sehen und ihr werdet andere Leute aus der Community sehen. Das war das Go-Fest für euch. Und deswegen ist es leider nichts geworden mit dem Evoli, ist es nichts geworden mit dem Autogramm für Spiele, Trend. Ein paar Leute, die man gesehen hat, die ein bisschen dann auch mit einem rumgelaufen sind, man dann aber wieder andere gesehen hat, man mit denen sich wieder festgequatscht hat. Plötzlich waren die Ersten, die erst dabei waren, dann auf einmal wieder weg und plötzlich waren die da. Dann bist du mit denen immer ein bisschen gelaufen, dann hast du da mit dem kurz geredet und alles. Dann waren die aber wieder weg. Also wir hatten eigentlich keine beständige Gruppe, außer Pupsi, Hannes, mich. Und der Rest hat halt immer irgendwie ein bisschen durchgewechselt. Aber fühle ich jetzt nicht irgendwie vom Kopf gestoßen, wenn man mal nicht so viel Zeit hatte oder wenn man irgendwo dann gequatscht hat und euch dann, ah, komm, wir gehen weiter hier, bla. Ich fand wirklich alles toll. Jeder, der ihn angesprochen hat, jeder, der sich da zu erkennen gegeben hat, fand ich wirklich mega. Das werdet ihr in dem Video auch sehen. Das hat mir unendlich viel Spaß gemacht. Ja. Grüße an unseren Kölner Berliner Bazooka Joe zum Beispiel. Nochmal ganz besonders gerade an der Stelle, weil irgendwie das, das ist mir noch richtig im Gedächtnis geblieben und hat sich so richtig eingebrannt, aber auch an alle anderen. Ich will eigentlich gar keinen sagen, sonst fühlt sich der eine so, yeah, mich hat er genannt, oh ich nicht. Und deswegen, ich will eigentlich gar keinen nennen. Das ist alles, alles so wie es ist, alles wunderbar. So, und was ihr auch im Video sehen werdet, wir haben das Relaxo, das Relaxo, was ein Fotopunkt war auf einem Steg, was eigentlich fett aufgeblasen da rumgelegen haben sollte und die Leute sich dann da drauf stürzen können und Fotos machen. Das haben wir gesehen, als es nicht aufgeblasen war und halb tot in der Ecke lag. Ich habe noch die Mitarbeiter da extra, kann ich trotzdem kurz mal hin, das abfilmen, das mal zeigen, dass ich den Vorher-Nachher-Effekt habe. Ja, mach halt das, ne. Und dann, als wir zu Hause waren und mir jemand ein Bild schickt von diesem Relaxo, habe ich erst realisiert, oh mein Gott, wir haben das tote Relaxo ins Video gepackt. Wir haben komplett vergessen, nochmal dahin zurückzugehen, als es dann aufgeblasen war. Dass wir den Vorher-Nachher-Effekt haben, wir haben sogar das Relaxo vergessen mit reinzunehmen. Also, das ärgert mich ein bisschen, dass ich das Autogramm nicht besorgt habe vom Schilling von Niklas, dass ich das Shoutout nicht gemacht habe mit dem Evoli-Fische Naya, die nicht dabei sein konnte, dass wir vergessen haben, das Relaxo abzufilmen. Ja, wir waren ja dort, aber da waren zu viele Leute. Ja, das war halt, du warst immer auf dem Weg, wir mussten noch für die Spezialaufgabe noch ein Foto da und da machen, wir sind da vorbei, wir wollen jetzt hier runterkommen, wir machen erst die Spezialforschung fertig und wir haben wirklich fast bis ganz am Ende gebraucht. Ihr habt gesehen, ich habe erst im Hotel, also das werdet ihr dann sehen, erst im Hotel abends dann, wo alles vorbei war, konnte ich erst mal mein letztes Kapitel dann noch beenden. Weil Bubsi auch gesagt hat, boah, du hast so wenig gespielt im Endeffekt, weil du so viel Zeit immer mit den ganzen Leuten aus der Community auch verbracht hast und geredet hast, aber das fand sie toll. Und sie sagt auch, sie ist stolz auf mich und sie hätte das auch gar nicht so erwartet. Was mich, aber zusätzlich, ich muss es noch anhängen, ein bisschen dann geärgert hat, es wurde angekündigt, 17.30 Uhr gibt es noch einen Mega-Überraschungs-Abschluss-Surprise-Raid, wo du jetzt dachtest, oh, da kommt was Besonderes, alle raiden zusammen das, was wird das sein, was wird das sein? Dann gehst du dahin zu dem Treffpunkt, wo das sein soll und dann siehst du, es geht erst 17.50 Uhr auf, obwohl es für 17.30 Uhr, meine Meinung nach, angekündigt war, ging es erst 17.50 Uhr auf und da waren fünf Arenen auf einem Platz und ich dachte, das muss ja was Cooles sein, pass auf, du hast ja noch deine ganzen täglichen freien Pässe. Im ganzen Park, gefühlt, waren so gut wie keine Raids nichts. In der Stadt waren mehr Raids, da hättest du deine Pässe alle verbrauchen können, ich war doch aber im Park, ich will ja von 9 bis 18 Uhr, wollte ich im Park fangen und spielen und Spaß haben, wollte dann meine Pässe danach halt auf dem Heimweg vielleicht noch verbrauchen oder im Park verbrauchen, hätte super gepasst, das sind fünf auf einem Fleck. Du machst deine Pässe jetzt hier einfach weg, fünf Stück erst mal und ich habe fest damit gerechnet, dass da Chabelle drin ist. Als Schmangerl zum Abschluss, dass man noch fünfmal Chabelle raiden kann, da in der Mitte oder außenrum waren ja auch Raids auf einmal, sind plötzlich ein paar Raids aufgegangen und dann geht das auf und dann ist es trotzdem nur Darkrai und Grysilia. Da war ich ein bisschen enttäuscht und dachte, okay, ich brauche trotzdem noch ein 100er Grysilia, ich werfe meine Pässe jetzt einfach in die Grysilia rein und ich habe zehn Minuten gebraucht, bis es irgendwann mal geklappt hat, wirklich nur einen einzigen Grysilia-Raid zu machen, weil natürlich alle auf einem Haufen, alles überlastet war, alles zusammengebrochen, es nur noch Fehler gab und das war natürlich dann doof. Denn als der eine Raid dann endlich gemacht wurde und man dann, weil es sich beruhigt hat, in den nächsten gehen konnte, war es schon nach 18 Uhr, dann hast du einfach diese ganzen gratis freien Pässe vom GoFest nicht mehr gehabt, pünktlich 18 Uhr, war das abgestellt, weg. Du konntest die nicht mehr nutzen, das fand ich richtig blöd, das hat mich geärgert. Den ganzen Tag rennst du in den Park rum, wo es sozusagen keine Raids gibt, aber du, ich weiß ja nicht mal wie viel, sechs oder neun freie Pässe hast, sagen wir mal sechs, wollen wir nicht zu hoch stapeln, da läufst du da in diesem Park rum, kannst keine Raids machen, weil keine da sind, dann bauen sie dir dahin am Ende so eine Arena Wiese, okay, ich kann jetzt noch mal eine Pässe wegmachen, wunderbar, dann klappt das nicht, alles überlastet, hätte man sich denken können, haben die Leute bestimmt noch hingelockt, um ein Foto zu machen am Ende. Wenn wenigstens nach 18 Uhr man diese Pässe trotzdem noch hätte einlösen können, wäre es ja auch nicht so schlimm gewesen, auf dem Weg nach Hause einfach mal da und da kurz die noch weggemacht, aber das ärgert mich besonders jetzt, dass diese Pässe dann einfach alle komplett weg waren und man gar nicht nutzen konnte, das fand ich wirklich doof, denn ich habe immer wieder gesagt, schon alleine das, äh, schon alleine die Pässe, die man auch dafür bekommt, die, du musst ja entgegenrechnen, dann ist das Ticket ja gar nicht so teuer. Selbst die Spezial-Trades, die sechs Stück, die vier zusätzlichen, sechs Stück insgesamt, selbst die waren ja natürlich nach 18 Uhr auch nicht mehr angeschalten und so konnte ich nur die zwei machen, die man sowieso machen kann in der Go-Jahreszeit, habe auch die Spezial-Trades alle versemmelt, hat auch nicht funktioniert. Selber schuld, könnte man jetzt sagen, weil eigentlich läuft man durch den Park und guckt, ob jemand ein Schild hat, wo draufsteht, er sucht das, spricht den gleich an, ey, komm, Bro, wir tauschen für 500.000, ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht, wir tauschen jetzt, fertig, bam. Mir war ja nur wichtig, irgendwie die Shinies zu kriegen, die es neu an dem Tag gibt und wenn jetzt jemand eins hatte und dann immer gesagt hat, wenn du keins kriegst, dann kannst du von mir eins haben, ich habe zwei oder so, dann tauscht man ja nicht nach fünf Minuten Spielzeit, dann willst du doch trotzdem selber erstmal den ganzen Tag spielen und schauen, was du am Ende bekommen hast und was nicht und dann vielleicht, wenn das Go-Fest zu Ende ist und man noch zwei, drei Stunden lang danach, nach dem offiziellen Ende, diese Trades hätte durchführen können, so wie man bei Sides die Spezialattacke erlernen kann oder so, das wäre besser gewesen, passender. So hat man natürlich dann geguckt am Ende, okay, das und das fehlt mir, yo, ich habe das und das, komm, wir tauschen, zack und dann war Feierabend, nach zwei Trades ging gar nichts mehr, also selbst die Spezialtrades waren auch weg, konnte ich nicht nutzen, ich konnte die Pässe nicht nutzen und die Spezialtrades. Ansonsten waren das eigentlich die Sachen jetzt, die mich ein bisschen gestört haben, die ich ein bisschen kritisiere, aber im Großen und Ganzen war es ein Erlebnis, was es absolut wert war und wofür sich der ganze Stress und der ganze Mist überhaupt lohnt und ich empfehle jeden wirklich, wer nicht dabei war und wer immer noch nicht auf einem Go-Fest war. Ihr könnt ja das ganze Jahr über spufen und machen, was ihr wollt, aber wenn ein Go-Fest ist, fahrt da wirklich mal hin vor Ort und spielt das vor Ort und geht da hin. Ihr müsst nicht die beste Ausbeute haben, aber das Erlebnis, das Feeling, das werdet ihr nie woanders finden. Die Sachen werden dann nachher eh freigeschalten, ihr könnt euch das danach alles noch holen in Ruhe, weltweit und sonst was, es kommt alles irgendwann. Ihr habt einen Vorabzugang sozusagen, aber das dort zu sehen und zu erleben, wie alle aufeinandertreffen, das ist was Besonderes und das sollte jeder unbedingt mal mitgemacht haben. Ansonsten heute Abend, chill mit Ramses, vielleicht in der verkürzten Edition. Morgen Raids für Zuschauer ab 80 nur mit Arctos, ist der einzigste Tag, wo wir Arctos Raids machen können. Mittwoch Raidmania, Donnerstag Goldene Meile, da sind wir dann also den ganzen Tag unterwegs mit Kesto und Hannes. Und da werdet ihr Tag 1 vom Go-Fest Vlog Berlin sehen und am Freitag Tag 2, wenn alles passt. Das war es von meiner Seite aus. Wie fandet ihr das Go-Fest? Schreibt mal nette Kommentare drunter, was bei euch so abging, wie eure Ausbeute ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.